Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem kurzen und knappen Bitcoin und Krypto Update Video. Bitcoin momentan bei 64.400 US-Dollar. Long-Position wurde getriggert, die Gold-Position wurde abgeholt und wir haben noch ein, zwei Trades, die wir schon mal für die kommende Woche besprechen können. Deswegen ein kurzes, knackiges Update, wie wir jetzt weiter vorgehen, wo wir unsere ersten Take-Profits nehmen und was generell so noch jetzt über das Wochenende ansteht. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr das alles, was wir hier besprechen, auch nachtraden könnt, beziehungsweise auch noch ein bisschen Boni abschrauben könnt, dann meldet euch unten bei meinem Partner BingX an. Den Link dazu findet ihr in der Kommentarsparle und natürlich auch in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr immer noch an dem UID-Gewinnspiel teilnehmen, einfach eure UID entweder in die Kommentare bei YouTube oder in Telegram reinschreiben und dann wird einmal in der Woche fünf bis zehn Leute ausgelost, die dann ihre Boni erhalten. So, jetzt aber genug Werbung gemacht, ich würde sagen, wir gehen rein, 64.400 US-Dollar traden wir momentan. Ihr könnt euch noch daran erinnern an das Video von vorgestern, da haben wir darüber gesprochen, dass wir derzeit eher in einem Downtrend uns befinden mit eben dieser abwärtsgerichteten Trendlinie, die wir einmal angetestet haben bei 66.500 US-Dollar. Wir haben keinen Breakout bekommen, wurden wieder abgelehnt und haben ein tieferes Tief bekommen. Dieses tiefere Tief hat dann unsere Ineffizienz gefüllt, auf die wir jetzt schon des Längeren gewartet haben. Der Entry lag bei 63.500 US-Dollar, auch darüber haben wir mehrmals letzte Woche darüber gesprochen, dass dieser grüne Kasten unsere Long-Position darstellt. Für alle, die rein sind, würde ich jetzt den ersten Take-Profit nehmen, Stop-Loss-Entry und jetzt erst einmal absichern. Wir haben mehrere multiple Bullish-Divergenzen hier, einerseits natürlich mit den tieferen Tiefs im Chart, andererseits mit den höheren Tiefs im Errors-Eye. Also das sieht schon mal ganz gut aus, dass diese Position auch erst einmal gehalten werden könnte. Übers Wochenende natürlich immer ein bisschen problematisch, ein Stop-Loss-of-Entry zu machen, ansonsten sollten wir nochmal ein tieferes Tief kriegen, dann wahrscheinlich eher ins Golden Pocket hier unten rein. Aber ich hoffe jetzt ehrlich gesagt mal nicht, dass wir da nochmal runterkommen, sondern ehrlich gesagt, dass wir da unser Breakout kriegen. Vielleicht nochmal so bis 65.500 US-Dollar, weil da befindet sich im Endeffekt die nächste Supply-Zone hier, dass wir hier dann das Breakout kriegen, den Pivot bestätigen von diesem Monat und dann die Reise in Richtung 72.000 US-Dollar nach oben hin fortsetzen. News-Technisch ist es relativ ruhig, wir haben keine wirklichen signifikanten Bullish-News, die Märkte trotzdem generell so ein S&P 500, Nasdaq, alle komplett immer noch am Übertreiben, jeden Tag ein neues All-Time-High so gefühlt, was natürlich dann auch die Kryptomärkte mit nach oben ziehen könnte. Ansonsten gibt es hier wenig zu besprechen, wie gesagt, Long-Position läuft, erster Tech-Profit nehmen und erst einmal genießen. So, ja, Ethereum, da bin ich weiterhin nicht drin, ich warte weiterhin hier auf diesen Abverkauf hier in Richtung 3.200 US-Dollar. Da wird natürlich unwahrscheinlicher, sollten wir jetzt bei Bitcoin einen bullischen Verlauf nach oben hin bekommen, aber gut, was nicht ist, kann auch im Endeffekt passieren. Aber für mich momentan überhaupt hier kein Grund, irgendwie in eine Long-Position reinzugehen, weil der Markt mir hier einfach zu irrational ist. Das heißt, kein richtiger positiver Entry, kein richtiges Abverkaufssignal. Wenn Bitcoin nach oben schießt, wird Ethereum natürlich auch nach oben schießen. Trotzdem diese riesige Ineffizienz, sie wird früher oder später geschlossen. Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass wir immer noch in Richtung 50.000 US-Dollar über den Sommer fallen könnten. Denn hat natürlich auch, und das kann ich euch gerade mal auf dem Daily-Timeframe zeigen, damit zu tun, dass wir hier ein größeres M-Pattern, na, so jetzt aber, M-Pattern hier theoretisch hätten. Sollte sich das so ausspielen, wäre das Ziel auf jeden Fall die 50.000 bis 49.000 US-Dollar. Und so würde es sich dann im Endeffekt auch bei Ethereum ausspielen. Denn auch hier haben wir Tendenzen dazu, dass es früher oder später hier zu einem größeren Doppeltop gekommen ist oder möglicherweise noch runtergehen könnte, wo wir dann das Preisziel hier von 2.400 bis 2.200 US-Dollar früher oder später catchen könnten. Das ist aber nur so das Worst-Case-Verfahren über den Sommer. Kurzfristig würde es schon ausreichen, wenn wir hier in Richtung 3.270 US-Dollar abverkaufen. So, gehen wir zu unserem zweiten Trade rüber. Das ist der Short-Trade bei Gold und der hat auch wirklich perfekt gesessen. Wir haben die Ineffizienz hier auf den Dollar genau abgeholt. Entry für 2.366 US-Dollar und seitdem, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, ging es hier schon knappe 2% in der Spitze runter. 2,1%, also auch hier mit 5er Hebel 10% gemacht. Zwei Take-Profits genommen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, nehmt dann wenigstens jetzt den ersten Entry oder den ersten Take-Profit oder auf jeden Fall mal 50% raus. Ansonsten, Long-Entry warte ich hier noch. Also jetzt am Wochenende geht da sowieso nichts, aber Long-Entry warte ich hier noch, weil das Ziel war ja eigentlich hier unten die 2.275. Sollten wir hier zu Beginn der nächsten Woche noch einmal eine kleine Aufwärtsbewegung sehen. Dann auf jeden Fall wahrscheinlich eher hier in Richtung des Golden Pockets hier nochmal rein. Und dann würde ich hier nochmal die Position verdoppeln. Der Fahrtweg nach unten hin bleibt aber für mich weiterhin bestehen, dass wir hier erst nochmal jetzt die nächsten Wochen entweder ein bisschen weiter runter gehen, beziehungsweise seitwärts verlaufen, weil die Range hat sich auch hier nicht geändert, ähnelt ein bisschen dem bei Bitcoin, aber nichts wirklich signifikant Neues. Ja, noch rüber zum DAX. Auch hier keine Änderung. Ich warte auch hier noch weiterhin auf das tiefere Tief, damit wir hier unsere Long-Position bei 17.950 US-Dollar tracken können. Hier keine Änderung, wird wahrscheinlich dann erst zu Beginn der neuen Woche und dann Short-Position bleibt weiterhin bei 18.400 US-Dollar bestehen. Ansonsten, last but not least, um das Update fertig zu machen, gehen wir noch rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier haben wir es nicht geschafft ins Golden Pocket reinzukommen, das heißt die Position wurde nicht verdoppelt. Wir haben hier momentan eher so einen kleinen doppelten Boden gebildet, der jetzt dazu führen könnte, dass wir dann im Endeffekt nächste Woche nochmal einen Versuch starten könnten, hier in Richtung 1,078 beziehungsweise 1,08 nochmal nach oben hin zu pushen. Überlege hier, sollte es am Montag nochmal so weit kommen, dass wir nochmal ein tieferes Tief kriegen, das heißt hier wirklich diesen doppelten Boden vervollständigen, ob wir hier nochmal eine kleine Hedge-Long-Position aufmachen, um hier zumindest mal diesen kleinen Move nach oben hin mitnehmen zu können. Das heißt, hier möchte ich dann eine Bullish Divergence haben mit einem tieferen Tief und dann möglicherweise wird aber ziemlich eng werden, dann auch hier unten eine Bullish Divergence im Errors-Eye zu kriegen. Stop-Loss technisch habe ich mir dann schon überlegt, auf jeden Fall hier den Stop-Loss unter diese grüne Box hier drunter zu legen bei 1,064. Das wäre jetzt momentan das Setup, aber ich denke, dazu werden wir dann erst am Montag genauer kommen. Ansonsten, soll es es schon gewesen sein, kurz und knappes Update, Altcoins lassen wir weiterhin vom Tisch, da tut sich derzeit einfach zu wenig. Das Einzige, was ich euch vielleicht so als Tipp geben könnte oder wo ich auch momentan ein bisschen überlege, nochmal etwas nachzukaufen, ist Realio, also Rio. Weil wir hier jetzt zuletzt einen sehr, sehr starken Abverkauf gesehen haben, ist ein Low-Cap, muss man natürlich auch dazu sagen, ist immer ein bisschen risikobehaftet. Ansonsten hier vielleicht mal 25% hier in den Markt reinzuwerfen, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt verkehrt. No Financial Advice und dann vielleicht der nächste Entry so bei 0,86 bis 0,77 US-Dollar Cent. Wie gesagt, ist ein Low-Cap, hat Potenzial, hat schon ordentlich X gemacht. Ihr wisst, dass ich den Coin schon mal sehr, sehr früh vorgestellt habe, das war hier unten schon. Aber für alle, die ja noch nicht drin sind und noch ein bisschen was ins Low-Cap-Portfolio knallen wollen, ist, glaube ich, Rio RWA jetzt nicht unbedingt die schlechteste Entscheidung. Vom FIP-Level her haben wir zwar das Golden Pocket verloren, trotzdem von den Ineffizienzen, die hier unten noch liegen, haben wir hier noch ordentlich was, was nach unten gehen könnte. Deswegen hier nur 25% und dann immer ein bisschen in Tranchen einsteigen. Ansonsten war es das von meiner Seite, ich wünsche euch einen schönen und guten Start ins Wochenende, genießt das Wetter. Wir hören uns dann entweder morgen wieder oder spätestens am Montag. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, gerne bei BingX vorbeischauen, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und dann war es das von mir, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, ciao und wie immer, stack.